Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 3, die Tierheim-Challenge. Wir sind wieder zurück bei unserer lieben Familie Willow. Im letzten Part waren wir am Strand, haben einen kleinen Strandtag mit den Hunden und den Babys verbracht, beziehungsweise mit den Kleinkindern. Und in diesem Part werden wir uns darum kümmern, dass wir Buckley in unsere Familie holen und uns auch das Hundehaus kaufen. Wie ihr oben seht, habe ich Benjamin heute sich zwei Tage freinehmen lassen, da Tabea in den letzten Zügen der Schwangerschaft ist und sie sich heute etwas ausruhen soll. Das ist zumindest mein Plan, aber wahrscheinlich macht die Madame eh, was sie will. Genau wie die ganzen Tiere hier. Mathilda ist gleich schon wach. Ich weiß gar nicht, warum Benjamin dann runtergeht. Sobald unsere liebe Tabea mit ihrem Garten fertig ist, darf sie sich ein Schwangerschaftsbuch schnappen. Ja, dann hör auf zu Dingsen und geh deiner Tochter mal Hallo sagen. Dir geht es soweit gut, die muss auch noch sprechen lernen. Die haben in zwei Tagen Geburtstag. Pan hat morgen Geburtstag. Ja, ich habe es kapiert. Du hast Hunger, genauso wie Luigi und Mario. Wann hat unsere süße Mama Geburtstag? In drei Tagen. Okay, gut. So, dann darfst du jetzt einmal mit deiner Tochter kuscheln. Das wünschst du dir nämlich hier unten. Die hat nur Hunger, gell? Ja, okay. Dann kuschelt einmal mit ihr. Und dann kannst du sie auf den Boden füttern. Dein Sohn ist auch wach. Den kannst du auch dann auf den Boden füttern. Mathilda, das Sprechen beibringt, das kannst du als nächstes machen. Du wirst angerufen. Warum? Anrufe ignorieren. Von wem wirst du angerufen? Kannst du anscheinend auch nicht leiden, gut zu wissen. Du bist vorhin noch nicht ganz mit deinem Garten fertig, aber es ist mir jetzt auch egal. Dann hängen wir bitte gerade die Wäsche ab. Die dürfte ja schon trocken sein, genau. Und dann setzt du dich bitte rein auf die Couch. Und liest ein Schwangerschaftsbuch, das ich hoffentlich noch im Moment habe. Natürlich habe ich das nicht mehr im Inventar. Dann kriegst du das von Benjamin. So, dann kannst du nämlich das da lesen. Ich habe einen faulen Geburtstagskuchen im Inventar. Kein Wunder, dass ihr die ganze Zeit so schlecht isst. Ich habe zwei faule Geburtstagskuchen im Inventar. Okay. Was? Es ist doch nur eine Anlage. Krieg dich ab. Stopp. Nee, du sollst hier nichts. So geht es ja mal wieder gut los. So, dem geht es, den beiden geht es soweit ganz gut. Du kannst mal Pipi machen gehen. Äh, nee, hier. Matilda, dann kannst du ihr nämlich weitersprechen beibringen. Er wünscht sich noch einen weiteren Sohn. Ich bin wirklich gespannt, was da für ein Geschlecht rauskommt. Ich weiß gar nicht, was ich mir noch wünsche. Ich weiß aktuell auch noch nicht, ob einer der Zwillinge jemand ist, mit dem ich weiterspielen möchte. Vielleicht sollte ich mit den Merkmalen für die Tierfreunde noch warten, bis ich weiß, mit wem ich weiterspielen will. Bevor ich jetzt zum Beispiel Matilda das Merkmal Hundefreund gebe, sie aber am Ende diejenige ist, mit der ich eigentlich weiterspielen will. Es würde für sie ja mehr Sinn machen, wenn ich ihr das Merkmal Tierfreund gebe, weil sie sich ja um alle Tiere kümmern muss. So, und du liest das, damit wir uns die Merkmale von dem Kind aussuchen können. So, ich kann ja mal gerade... Oh, die Fohlen haben auch noch Hunger. Okay, es geht aber noch. Ähm, wie lange brauchst du denn noch, um der Kleinen das Sprechen beizubringen? Gar nicht mehr so lange, das ist gut. Sobald sie sprechen gelernt hat, werden wir mit Benjamin gerade zu den Pferden gehen, die Fohlen füttern. Weil heute muss Benjamin das leider Gottes machen, es geht nicht anders. Tabea muss sich ausruhen. Er hat auch echt wenig geschlafen, die Nacht. Ja, theoretisch kann er sich ja dann gleich auch wieder etwas hinlegen, beziehungsweise später. Aber Tabea muss sich definitiv... Ach, ja doch, Tabea. Richtige Familie. Tabea muss sich heute definitiv etwas ausruhen. Die ist auch schon wieder müde. Wir haben 10 Uhr und sie ist schon wieder müde. Damit wir uns das Merkmal für das Kind aussuchen können. So. Und wie ist es? Kann sie schon sprechen? Und irgendeine Katze hat schon wieder hingequatzt. Sebastian hat nun alles gelernt, was es aus dem Buch zu lernen gibt. Das ist schön, dann kannst du direkt ans Nächste gehen hier. Das ist bei mir wie so ein Ausbildungslager. Die kleinen Kinder müssen alles können und jedes Buch gelesen haben. Okay. Mathilda ist gleich fertig. Ich lege da auch sehr viel Wert drauf. Also mir ist es dann auch egal, dass wir in dem Part halt nur zu Hause hängen, weil mir das halt wichtiger ist, dass die Kinder sprechen können, laufen können und auf Zöpfchen gehen können, damit ich das Merkmal auswählen kann. Als dass ich dann irgendwo in der Stadt rumhänge. Super. Okay, ist ein bisschen laut. Wie niedlich. Mathilda hat gerade das Sprechen gelernt. Jetzt musst du dem kleinen Zimmer nur noch beibringen, wie man wieder aufhört. Gar nicht. Super. Du hast super Arbeit geleistet, Benjamin. Du hast beiden Kinder das Sprechen beigebracht. Da, geh das mal lesen. Die drei hast du, glaube ich, durch. Ich weiß nicht, was für Bücher du noch durch hast. Das ist ehrlich gesagt zu lang her. Bist du mit dem Buch fertig? Du darfst doch nochmal duschen, wenn du fertig bist mit dem Pinkel. Ich weiß nicht, ob sie fertig ist mit dem Buch lesen. Deswegen muss ich es leider Gottes nochmal machen. So. Und du gehst jetzt auch hier hin. Das Fohlenmär, Marie, ist immer noch da. Ich denke mal, wir werden die Kleine auch noch zu uns holen. Die dürfte ja jetzt auch schon etwas älter sein. Ich habe die Sachen hier immer noch nicht verkauft. Kann ich jetzt mal gerade machen. Ich bin doch hier. Ey. Der Kuchen ist schon angegammelt. Ey. So, Donnerheil, lass den Kuchen in Ruhe. Äh. Ist da. Okay. Okay. Super. Und da steht... Da steht ja unser vergammeltes Stück, der Hochzeitstab. Wow. Wie kann ich das bei dir ins Inventar tun? Ah. Apropos Inventar. Ja, ich weiß. Äh. Unsere liebe Tabea hat ja so viele Lebenszeitpunkte, da wir ja mit dem... Äh. Mit der Adoption des Einhorns ihren Lebenswunsch erfüllt haben. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich ihr noch mehrere Merkmale gebe. Wie zum Beispiel überaus kreativ oder so. Oder extrem kreativ. Was ist das? Ach, das sind Schmetterlinge. Das sah so riesig aus von da oben. So. Da hinten ist ein Pilz. Ich beiche aber mal gerade und dann lassen wir die umziehen. So. Dann gehen wir mal hier in Stadt bearbeiten. Fortfahren, bitte. So. Bett lenken, genau. Äh. Haushalt aufteilen erstmal. Gibt's nur einen Hund? Buckley, gell? Ich denke mal, ja, Stefan ist ein Sim. Ja. Okay. Verbinden mit Buckley. Kommt zu uns. Ja. Dass ich übrigens noch einen weiteren Sim hinzufügen kann, obwohl mein Haushalt schon überfüllt ist. Das kommt vom Mod Mover. Am besten leitet ihr euch den runter, wenn ihr auch den Master Controller habt. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr den Master Controller habt, um mehr Leute im Haus dazu haben, dann holt euch noch den Portray Panel und den Mover dazu, weil dann könnt ihr wirklich alles machen. Also dann könnt ihr Leute verschieben, Leute reinholen und ja. Weil sonst geht das nämlich nicht, sonst müsstet ihr das per Cheat reinholen. Äh, was wollte ich jetzt noch machen? Achso, ich wollte die da rausschmeißen, genau. Rauswerfen, rauswerfen, rausziehen. So. Wo können wir die denn hinpacken? Ja, guck, die können sich einfach das da kaufen, dann sind die auch verfrachtet. So, dann kaufen wir uns nämlich das da. Uh, das ist echt teuer. Uh, das habe ich nicht bedacht. Hm. Gott, nein. Ich wollte die Familie da verändern, warum geht das nicht? Die haben auch einen Hund? Ach ja, die stimmt, Cheap Fox haben die da. 117. Okay, ich werde jetzt eine Sache machen, die ist definitiv Cheaten. Und zwar gibt es einen Cheat, der heißt Free Real Estate On oder True, irgendwie sowas. Mit dem kann meine Familie kostenlos in dieses Haus ziehen, beziehungsweise das Haus kostenlos bekommen. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Grundstück kaufen. Ne, das geht anscheinend nicht. Oh, ich habe den Cheat falsch eingegeben. Ich weiß nicht, ob es On oder True ist. Und ich bin ehrlich gesagt auch gerade so faul nachzugucken. Okay, anscheinend geht das so nicht. Das geht dann wohl nur beim Kaufen. Jetzt ist halt die Frage, Soll ich die Tiere jetzt noch so lange jagen lassen, bis ich genug Geld habe, um mir das zu kaufen? Oder soll ich jetzt einmal Motherload eingeben? Weil uns fehlen schon relativ viel. Uns fehlen 60.000. Hm, das ist jetzt die Frage, gell? Ich würde es dann in diesem Part noch nicht kaufen, das Haus. Ich würde dann einfach mal abwarten, ob ich Reaktion bekomme, beziehungsweise die meisten Entscheidungen greffe ich ja mittlerweile mit meinem Verlobten, was das Let's Play angeht, weil er das ja auch mitguckt. Und ich befrage ihn halt auch immer zu seiner Meinung. Ich werde ihn dann einfach fragen, was er davon hält. Ich kann ihn leider jetzt gerade noch nicht fragen, weil wir gerade halb fünf haben, wo ich das hier aufnehme und er am Schlafen ist und ich ihn jetzt nicht deswegen wecken will. Deswegen werde ich einfach da meinen Verlobten fragen. Und hier auch noch mal eine Erinnerung an dich, Yasmin. Bitte frag ihn auch wirklich. Ich vergesse es sonst. Ja, ich wollte aber auch noch hier die liebe Marie einziehen lassen. Aber warum kann ich das denn nicht? Weil der Hausbüter zu voll ist, kann ich deswegen da nichts machen? Hier bei Miller zum Beispiel geht das. Kann ich die rausschmeißen? Ja, ich würde Familie Fox ja gerne rausschmeißen. Oder geht das nicht, weil gerade jemand stirbt oder so bei denen? Das ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil mich das auch schlug, weil das ein bisschen meinen Plan kaputt macht. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich jetzt in dieser Folge das Haus kaufe, damit ich das nach der Folge hier direkt umbauen kann, damit ich daraus das Speedbild machen kann. Dann habe ich nämlich für die nächste Woche genug Folgen, weil ich halt nächste Woche relativ, beziehungsweise diese Woche, die Folge kommt ja schon am Mittwoch, ich habe diese Woche halt relativ wenig Zeit, deswegen nehme ich das alles im Voraus auf. Und die Folge habe ich direkt nach der nächsten, äh, nach der letzten aufgenommen und das wirft mich halt jetzt ein bisschen aus der Bahn. Das heißt, entweder muss ich jetzt versuchen, dass die Tiere heute ganz, ganz, ganz viel Geld nach Hause bringen oder ich muss cheaten. Ich will eigentlich nicht cheaten. Also ich versuche es zumindest zu vermeiden. Wenn ich hier und da mal die Bedürfnisse hochcheate oder halt ein Zim bei mir in den Haushalt hole, weil es anders nicht geht, das sehe ich dann, das ist dann okay für mich. Aber Geld cheaten oder so mache ich eigentlich nur, wenn ich bauen will. Und das, hier ist ein Let's Play, hier will ich spielen, hier will ich nicht bauen. Deswegen erarbeite ich mir das eigentlich dann lieber. Ich hatte ja auch eigentlich vor, dieses Tierheim hier zu kaufen. Aber für das aktuelle, was wir halt vorhaben, passt es nicht. Deswegen, ich muss gucken. Vielleicht, vielleicht irgendwann mal mit irgendjemandem, dass dieses Tierheim dann unser Tierheim wird. Aber es kostet halt auch mega viel. und das ist, das ist, das ist wirklich nur, dass hier draußen ein ganz klein bisschen Ausstattung ist, ist noch nicht wirklich ausgebaut. Ja, ich muss halt gucken, aber ich sehe gerade, der hat irgendwie meine ganzen Fenster entfernt und meine ganzen Tür. Hm. Naja, egal. Ich gucke mal, wenn ich es schaffe, werde ich die Tiere heute noch ganz viel sammeln lassen, werde Tabea noch malen lassen. Oh, wer bist du denn? Go, go, Marshall. Hallo. Wird Tabea noch malen lassen und werde gucken, dass die mir heute noch ganz viel Geld nach Hause bringen. Nee, nicht beschmusst werden. Nein. Doch, doch, das war richtig. Bitte ganz viel Geld nach Hause bringen, damit wir uns das leisten können. Ach so, Buckley stimmt. Oh, Buckley ist bereits ein Senior. Er ist ein Jäger, stolz und wasserscheu. Okay, gut, aber er sieht süß aus. So ein süßer kleiner Hund. Aber auch hier wieder heißt es, einen Tag in Quarantäne. Er kommt dann hier oben rein erstmal. mal. Ich möchte es eigentlich nicht machen. Also ich möchte eigentlich nicht cheaten. Oh, er kann schon jagen. Sollen wir die Quarantäne ausnahmsweise mal ausfallen lassen? Buckley, du gehst bitte jagen. Dankeschön. Ich will es eigentlich nicht machen, weil ich cheate in meinen privaten Spielen cheate ich. Gebe ich auch offen zu, weil Sims ist immer nur Einzelspieler, ich tue keinem damit weh zu cheaten. Ich cheate mir dann aber auch meistens nur Geld, weil ich halt gerne baue und ich halt auch ein bestimmtes Budget dann brauche, um halt wirklich auch was Tolles rauszuholen aus dem Haus. Ich meine, ihr seht ja hier unten, was ich mit ein bisschen Geld nur hinbekomme und das ist ja bei weitem noch nicht schick, also das ist sehr schrecklich. Okay, anscheinend hat sie es fertig gelesen. Deswegen, ich will eigentlich nicht cheaten. Ich möchte aber auch ungern jetzt noch ein Part warten, bis wir das Hundehaus kaufen, weil ich halt wie gesagt diese Woche wenig Zeit habe und dann jetzt noch ein Part aufnehmen müsste, der mir aber dann wieder Zeit klauen würde, weil ich muss noch Leben aufnehmen, ich muss noch Star Stable aufnehmen, ich komme ein bisschen in die Bredouille. Ich meine, es wäre jetzt kein Weltuntergang. Mein Gott, selbst wenn wir jetzt das bis zum Ende der Folge nicht schaffen, genug Geld aufzutreiben, dann ist es halt so. Dann kaufen wir das Haus dann halt erst in der nächsten Folge. Ich muss dann nur gucken, wie ich das hinbekomme. Biene hat einen Edelstein gefunden, das ist super. Tansalit, ich weiß gar nicht, habe ich den schon? Schön, da braucht ich den Edelstein. Hier haben wir aber nachher auch noch Zeug, gell? Ich kann eigentlich mal einen Teil der Ernte verkaufen. Ist der Baldrian da? Wie kannst du denn noch ganz schnell Geld verdienen? Gar nicht, gell? Kannst das da mal aufräumen. Ich wollte einen Teil der Ernte verkaufen, die sie hier im Inventar hat. Hast du gegessen, Madame? Roter Baldrian ist hier, okay. Da steht sogar was zum Ernten, dann können wir das hier weg, komplett verkaufen. Tomaten ist auch was zum Ernten, perfekt, müssen wir komplett verkaufen. Oh, die Türen haben gerade ganz viel gefunden, okay. Fischstäbchen hat ein Metall gefunden, das ist super und zwar ein Supernovium 4816. Fischstäbchen, du bist ein Schatz, du bist ein Engel, du bist alles. Buckley hat ein Edelstein gefunden. Pandalium auch super toll gemacht. Den habe ich glaube ich schon, wenn nicht ist auch nicht schlimm. Plutonium hier, also deswegen sage ich ja ganz ehrlich, Leute, wenn ich gut Geld verdienen wollt, aber keine Lust habt, eure Sims arbeiten zu schicken, holt euch Hunde, lasst sie jagen, Ed lohnt sich. Mathilde hat alles gelernt, was es in dem Buch zu lernen gibt, okay, dann können wir uns da auch noch dran kümmern, dann kannst du nämlich das nächste lesen. Ich will erstmal auf Töpfchen gehen, hast recht. Pickles hat auch was gefunden, ja, die Katzen finden auch viel, aber im Vergleich zu den Hunden Hunden sind die, 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 die Katzen wirklich nicht so, bringen nicht so viel Geld ein, die Hunde bringen da doch schon mehr ein, so, du kannst hier mal was füllen, Bettling hat schon wieder einen Edelstein gefunden, ein Vampirauge, den hab ich noch nicht, glaube ich, Biene hat auch einen Edelstein gefunden, einen Regenbogen Edelstein, den hab ich auch noch nicht, den hatte ich auch noch nicht, so, Pan hat auch einen Edelstein gefunden, ein Vampirauge, super, ich sag ja, also die Hunde, die lohnen sich, die sind super, ich könnte hier die auch noch verkaufen, die geben auch 1000 pro Ding, aber ich möchte die später auf die Gräber packen, deswegen, ein Diamant, das ist auch cool, das ist sehr cool, die lassen wir nämlich, die Steine lassen wir dann später auch schleifen und die können dann auch auf die Gräber, Patch, Carbon, super, ähm, Benjamin, wärst du so nett und würdest du Daisy, wo auch immer sie ist, das ist Luigi, Daisy, Daisy ist am Kühlschrank, wo muss Daisy denn am Kühlschrank anwählen, hör auf, du kannst Daisy das Jagen beibringen, dann kann sie nämlich da auch helfen, ein Kleider mit die Ohrsteinen, super, okay, du bist auf die Klöchen, dann kannst du das hier machen, Bina hat einen Edelstein gefunden, noch ein Diamant, Schilinderpacht Schädelstein, davon habe ich bereits einen momentan von ihr, also ich denke mal, wir werden die 170.000 jetzt, äh, 117.000 jetzt nicht erreichen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt kommt auch noch das Baby, riesiger Meteorstein, ja, den stelle ich mal gerade hier draußen, oh mein Gott, sorge dafür, dass sich Tabea zu Hause oder im Krankenhaus auffällt, ja, ach Tabea, du hast echt den besten Zeitpunkt erwischt, oh mein Gott, ja, kann ich jetzt natürlich nicht mehr analysieren lassen, manchmal hat man Glück und dann bekommt man so riesige Mitte Ohrsteine, die so 15.000 wert sind oder so, ja, ja, das Baby kommt, wir wissen es, ist okay, tu mir mal bitte einen Gefallen und analysier mal hier draußen den Stein, 2650, mal gucken, ob es was bringt, den zu, ja, ist okay, ist ja nicht deine erste Geburt, schrei doch nicht so, mein Gott, und was wird's, vor allem was für eine Haarfarbe gekauft, das interessiert mich, ja, ist ja gut, Männchenskinder, immer diese, diese Gebärenden, ja, ja, wow, das ist Palazie, das ist ein toller Fondum, sogar mehr wert als ursprünglich angenommen, der Wert liegt bei 10.600, ich sag ja, manchmal lohnen sich die Dinger richtig, wenn man die analysieren lässt, manchmal hat man auch Pech, die Dinger sind dann ein bisschen weniger wert, aber hier, wir hätten den für 2.600 verkauft gehört, oder für 10.600, was nimmt man da wohl, wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist, ich hab gerade gespeichert, wir müssen gar nicht cheaten, also wahrscheinlich nicht cheaten, weil, es gibt hier eine Lebenszeitbelohnung, äh, ja doch, eine Lebenszeitbelohnung, verstaubte alte Lampe, dort können wir uns Wünsche erfüllen lassen, und die würde uns 100.000 geben, wir können auch die Erbschaft machen, die gibt uns dann 30.000, aber ich brauche ja auch noch ein bisschen Geld, deswegen würde ich tatsächlich mit Benjamin einfach die verstaubte alte Lampe nehmen, das ist kein Cheaten, weil ich hab die Punkte, so, dann machen wir das jetzt, das können wir dann einfach als wohlhabende Spende oder so ansehen, ich will nicht, dass der gleich umfällt, können wir dann einfach sagen, dass wir einen Aufruf auf einer Facebook-Seite gestartet haben oder so, dass wir ein neues Hundehaus brauchen, ach so, die kriegt da hinten und war noch das Kind, dass wir ein Hundehaus brauchen und dass wir deshalb nach Spenden fragen, und da sind dann 100.000 zusammengekommen, einfach, gell, Benjamin, siehst du auch so, so, hallo Genie, einen Wunsch äußern, und zwar gerne, Reichtum, Wunsch wählen, Wunsch wählen, so, so, Deine Wunsch wird stattgegeben, ich muss mich ausruhen, bevor ich die Einwanderin gewählen kann, dir bleiben noch zwei, vielen Dank, äh, Genie, in die Lampe zurückstecken, ich glaube, die geht von alleine, so, jetzt haben wir, wow, okay, jetzt haben wir das Geld, das heißt, wir werden heute definitiv das Hundehaus kaufen, Pat steht da so, ja, äh, kriegst du jetzt mal ein anderes Kind, oder nicht, wir werden heute also definitiv das Hundehaus kaufen, meine Pläne sind wieder super, es ist kein Cheaten, ich hab mir die Punkte ehrlich verdient, bei Benjamin hab ich die Punkte hauptsächlich dadurch bekommen, weil die Kinder halt auf die Welt gekommen sind, ich sie hab heiraten lassen, und weil, äh, er den Kindern halt laufen und sprechen und so beigebracht hat, das, ich hab halt hier ständig die Wünsche reingepackt und so, und die Wünsche die ganze Zeit erfüllt, weswegen, es ist kein Cheaten, weil ich hab die Punkte, ich hab auch, ich hätte auch die Punkte bei ihr holen können, aber ihre Punkte würde ich gern für was anderes noch verwenden. Ja, die Katze kannst du grüßen, aber das Kind auf die Welt bekommen, kannst du nett oder was. Du sollst kein, äh, normales Futter füttern, bitte nur, nur Me-Futter. Achso, und ich werde wahrscheinlich noch eine zweite, äh, eine dritte Etage drauf packen. Kriegst du jetzt mal langsam mit, Kind? Ja, danke schön. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Eine glückliche Mutter und eine reibungslose Schwangerschaft sind die besten Voraussetzungen für ein zufriedenes Kind. Da die Schwangerschaft, von der Tabea so gut verlaufen ist, darfst du jetzt zwei Merkmale für deinen kleinen Jungen, Asenjunge, alles suchen. Wie möchtest du ihn denn? Okay, ich hab einen Namen, ich hab jetzt gerade bei beliebten Babynamen geguckt, und zwar Oskar. Ich find Oskar süß. Was bekommt er denn? Leichter schlafen, begeistert, morotisch, im Geistesabwesen, hasst die Natur und Jenny, hasst die Natur, wäre tatsächlich nicht so gut, deswegen bekommt er das, auch das Merkmal liebt die Natur. Ist so ein Standardmerkmal bei uns in der Familie einfach. Und Jenny kann gerne bleiben, dann lernt er alles ein bisschen schneller. Ach ja, Benjamin hat sie, oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Baby. Darfst du jetzt zwei Merkmale für dein kleines Mädchen ausruhen? Oh mein Gott, wir haben nochmal Junge und Mädchen bekommen. Was soll ich denn, wie soll ich denn ein Mädchen nennen? Okay, hab einen Namen. Sophie. Sophie find ich auch süß. Was bekommt Sophie? Freundlich und Chaotin, liebt die Kälte und tapfer. Tapfer kann gerne bleiben und auch hier kaum wieder liebt die Natur rein. Tapfer und liebt die Natur. Ach, wie süß. Schon wieder Zwillinge. Oh Gott, schon wieder Zwillinge. Damit hab ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Ja, jetzt fehlt uns aber immerhin nur noch ein Baby, gell? Ich will aber überlegen, ob wir das adoptieren sollen. Weil dann tue ich Tabea nicht noch eine Schwangerschaft oder ich mein, sie hat jetzt zweimal Zwillinge bekommen. Ich denke, das reicht für sie. Und ich muss jetzt definitiv noch eine zweite Etage dran bauen, also noch eine Etage dran bauen, weil ich keinen Platz mehr für ein weiteres Zimmer habe. Ich würde aber dann mal gerade das Kinderzimmer umbauen, bevor die fertig geboren hat. so, ich hab jetzt gerade zwei neue Kinderbetten reingemacht. Ich hab jetzt hier einfach in die Ecke, weil ich hier sowieso nichts stehen hatte, hab ich jetzt einfach so einen kleinen Spielteppich hingetan. Das wird dann später die Spielecke von den Kindern. Ich werde das alles noch schön machen, nur dass die jetzt gerade das Kind nicht nach draußen liegt, wie sie es sonst machen würde. Dann legt sie es wenigstens ins Kinderbett. Ich hoffe aber ans Richtige. Aber schön, dann haben wir wieder Zwillinge bekommen. Also ehrlich gesagt, hätte ich jetzt damit gehofft, dass wir nur ein Kind bekommen, weil es schon ein bisschen anstrengend ist, Kleinkinder und die ganzen Tiere zu haben. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir jetzt nochmal Zwillinge haben. Ich denke mal, das nächste werden wir dann definitiv adoptieren. Tieren, unsere liebe Tabea hat jetzt echt genug Schwangerschaften hinter sich. Das muss nicht nochmal sein. Ich denke mal, da stimmt sie mir auch voll und ganz zu. Dann kann sie sich wieder auf die Tiere konzentrieren. Wir können auch gleichzeitig noch was Gutes tun. Und die Kleine hat rote Haare. Oskar und Sophie. Das ist schön. Was hat Sophie? Sophie hat Hunger. Okay. Dann gebe ich direkt mal gerade was zu trinken. Achso, ich muss das Baby vielleicht auch anklicken. Kannst du hier die Flasche geben und dann kannst du Sophie ins Kinderbett legen. Oskar hat tatsächlich keinen Hunger. Süß. Ah, die hat wahrscheinlich schon gefüttert. Ja. Dann würde ich jetzt aber auch tatsächlich nur noch mit... Würde ich jetzt gerade abspeichern und dann würde ich mit Benjamin noch das Haus kaufen können. So, ich habe gerade abgespeichert. Ich weiß, das wirkt gerade nicht. Jetzt würde ich mich über die Kinder freuen. Ich freue mich über die Kleinen definitiv. Ich hätte mir halt Einzelkinder gerade gewünscht. Was heißt Einzelkinder? Also einzelne Kinder einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich das ist ja ein Tierheim. Let's play. Ich finde, wenn wir dann halt so, wenn wir dann Zwillinge haben, kommen die Tiere nicht ganz so zur Geltung, wie sie eigentlich zur Geltung kommen sollten. Aber ich meine, es ist ja auch bestimmt mal eine nette Abwechslung dann auch für euch. So, und das Pferd steht jetzt hier immer noch draußen. Kann doch nicht wahr sein. Die arme Maus. Ganz ehrlich. Die steht die ganze Zeit hier vorne. Als wäre sie festgebackt oder so. Shawnee Fox. Ja, ich kann ihn, aber ich kann mich nicht mal mit ihm an... Ich kann mich nicht mal mit ihm anfreunden, weil er ein Star ist. Deswegen habe ich eigentlich versucht, sie so rüber zu ziehen, aber es geht nicht. Ich würde sie halt schon gerne haben, weil dann habe ich für die Jungs noch eine Stute da. Dann können wir mit der, mit ihr dann quasi die nächste Generation Pferde einläuten. Stopp, Madame. Ich weiß, du hast gerade zwei Kinder hier geboren, aber könntest du noch ein bisschen wach bleiben? Deine anderen Kinder brauchen dich noch. Die haben beide Hunger, müssen beide kuscheln, dir geht's richtig scheiße. Also bitte, Madame. So. Mit ihm kannst du jetzt mal kuscheln, dann kitzeln, dann mit der Kralle angreifen und dann kannst du ihn auf den Boden füttern. Wie geht's dir? Ja, du bist gerade noch anwesend. Okay, und wir haben das Haus gekauft. Super. Dann komm nach Hause. Oh, Buckley. Buckley ist voll süß. Ich freue mich, dass wir ihn jetzt haben. Er ist echt goldig. Als ich ihn gesehen habe, da auf dem Frühlingsfest oder Herbstfest, glaube ich, dachte ich mir direkt, das ist meiner. Der kommt zu mir. Egal, was ist. Wir haben jetzt doch Sommer, gell? Ja, in zehn Tagen ist Herbst. Das ist doch cool. Nun komm wieder nach Hause, Benjamin. Ich denke, ich werde den Part jetzt auch hier beenden. Wir haben jetzt ein Hundehaus gekauft. Das nächste Video wird dann ein Speedbild beziehungsweise Speedumbau. Ich werde da ein bisschen das Haus umbauen, damit die Hunde sich da wohlfühlen. Dann wird im übernächsten Part beziehungsweise im nächsten Part dann eigentlich, ich zähle das Speedbild ja nicht als Part, dann wird im nächsten Part werden die Hunde dann umziehen außerdem hat Pan dann noch Geburtstag. Wer zieht denn dann alles um? Also Pan bleibt definitiv hier. Biene würde ich auch schon fast hier lassen. Also umziehen würden dann Patch, Daisy, Mario und Luigi. Ne, Buckley ist schon Senior. Ja, okay. Weg und weg. Ja. Also dann zwei Hunde würden dann umziehen. Ne, vier Hunde würden dann umziehen. Ich weiß nicht, ob ich Patch wirklich umziehen lasse. Er hat zwar noch 17 Tage bis zur Alterung, aber er kommt halt mit, aber Pan ist halt so sein bester Freund. Das wäre ein bisschen doof. Na gut, das können wir ja dann noch klären. Ist auch nicht ganz so viel passiert. Wir haben halt ein bisschen Chili-Milli gemacht, einfach weil es halt auch mal nötig war. ich meine Tabea musste sich die Tage ein bisschen ausruhen wegen der Geburt. Die zwei sind jetzt da. Unser lieber Oskar und unsere kleine Sophie. Ich denke, das fünfte Kind werden wir dann adoptieren. Das werden wir dann aber auch erst adoptieren, wenn die zweiten Zwillinge ein bisschen älter sind. ein, zwei Tage bevor die zu Kindern werden. Ich bin auch ganz froh, dass Sebastian und Co in zwei Tagen zu Kindern werden, weil ich glaube, mit zwei kleinen Kindern und zwei Babys und den ganzen Tieren sind wir definitiv ausgelastet. Ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!